10 Dinge, die Yu-Gi-Oh! Spieler nicht sagen Teil 2 Also, ich kauf gerne Karten im Wert von 50 Euro. Da weiß ich, da hab ich lang was von. In der Gruppe zu Turnieren fahren ist überhaupt nicht mein Ding. Ich war lieber alleine. Da kann ich mich mental vollkommen aufs Turnier vorbereiten. Ey, super mal gegen so einen FT-Kartig zu verlieren. Ich kannte die Kombos auch noch gar nicht und ist halt schön, die mal gesehen zu haben. Wer braucht schon Ghost-Rare, Secret-Rare oder Ultra-Rare, wenn man Carmen haben kann? Ich find's toll, wenn weniger Leute zum Turnier erscheinen. Da ist der Preispool übersichtlicher und man kann früher nach Hause gehen. Ich unterstütze den Händler vor Ort immer gerne. Natürlich geb ich auch immer etwas Trinkgeld dazu. Ich mein, von irgendetwas muss er ja auch leben. Im Endeffekt sind Missplays ja richtig gut. Dann wird der Gegner verwirrt und ich bin nicht mehr so vorhersehbar. Irgendwie versteh ich nicht, warum alle Matten oder Hüllen benutzen wollen. Ohne fühlt es sich doch viel mehr wie im Anime an. Bin ich froh, dass jeder das Regelwerk von Yu-Gi-Oh! verstanden hat. So kommt's niemals zu Missverständnissen. Also, ich bin ja der Meinung, dass Frauen überhaupt nichts auf Turnieren zu suchen haben. Ich meine, Yu-Gi-Oh! ist ganz klar ein Spiel für Männer.